Assalamu alaikum, wie geht's euch? Was hast du heute am Haus gemacht? Äh, leider nichts, aber ich hab heute in der Wohnung viel gemacht. Wir haben ein bisschen Sachen abgebaut und so weiter, zack von Seite gemacht, hier, dies, das, soppi, pappo. Und, ähm, sehr, 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 ich muss wirklich sagen, mir fällt es sehr, sehr schwer, gerade live zu kommen, Chad, wallah. Weil mit der anderen Wohnung, also mit dem anderen Haus, es ist so schwierig gerade, wirklich. Hast du gebaut oder gekauft? Bruder, gemietet, ich küsse dein Herz. Ich bin auch nicht Abo Gates. Ich sehe sowieso nicht viel Sinn daran. Hier besitzt zu kaufen, weil man, äh, ich sehe nicht viel Sinn daran. Wenn die Preise komplett sinken, hast du dick Verlust gemacht. Du musst, keine Ahnung, irgendwas, welche Steuern auf das Haus jeden zahlen. Umsteuer, Abusteuer, Uchtsteuer, Achsteuer, dies, das, dann ist das Grundstück nicht deins, aber das Haus und dann, ah, Bruder, also, also nee, ich muss nicht. Machst du irgendwann ein großes Treffen in Deutschland in verschiedenen Städten? Er hat mich einfach zu AZ und Suna gemacht. Bruder, wer soll denn kommen, wenn ich irgendwo hinreise? Das ist mir voll unangenehm zu sagen, Euer Abo Goku ist am 16.1. hier in Hamburg live. Kommt dorthin. Fantreffen ist da, Leute. Wir werden dort auf der Wandelhalle stehen und dort Hamburger verteilen. Ja? For real, meine Bros. Sie sind Dampf. Hater würden sagen, ich rauche. Rauchst du? Bruder, aber... Mach nicht niesen jetzt. Sind gerade tausend Leute da? Bitte tut mir gefallen. Rest nicht erzählen. Nur Shisha? Nein, Bruder, nicht mal Shisha. Alhamdulillah, nicht mal Shisha. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich hab... Es war gestern... Ich war gestern bei... Chat, wer von euch gestern war bei Trimax im Stream, wo ich noch da war? Wo ich ein bisschen vape? Auf gar keinen Fall. Alhamdulillah. Tabakallah. Nein, auf gar keinen Fall. Vape auch nicht. Ich hab ein paar Mal probiert ohne Nikotin. So, nur für den Geschmack. Aber... Ja, nee. Es... Es hat einfach... Ja, nee. Nach diesem Geschmack geschmeckt. Aber dieser Geschmack ist es nicht wert, etwas zu inhalieren, wo du nicht weißt, was es mit deinem Körper macht. Für was denn? Bruder, dann kauf dir lieber Zahnstocher mit Geschmack. Keine Ahnung. Sagen wir mal, in 10 Jahren kommt raus, Vape ist... Sagen wir mal, wirklich mit richtig. Weil es gibt ja... Da streiten sich ja wieder die Gelaten, ob Vape jetzt schlimmer ist oder nicht. Okay? Nimm mal das mal beiseite. Sagen wir mal, in 10 Jahren kommt raus, das hat viel Schlimmeres gemacht als die Zigarette. Was hast du verloren? Okay? Wegen dieser Scheiße. Jetzt sagen wir mal, aber du hast es nicht geraucht und in 10 Jahren kommt raus, es war gar nicht schädlich. Hast du 10 Jahre dann jetzt gesagt, oh, Digga, Scheiße, ich hätte die letzten 10 Jahre Vape rauchen können. Verdammt, Mandi. Die letzten 10 Jahre war eine pure Verschwendung. Vape hätte mein Leben verändert. Nein, das ist alles Schmutz. Sage ich euch so, wie es ist. Vier Tage nun ohne Nikotin und ich werde durchhalten. Genau so sieht es aus, Dave. Genau das wirst du tun. Genau das wirst du tun, weil du nichts davon hast. Und wenn du sagst, ja, Bruder, die bringt mich runter in die Kippe, weißt du, weil... Jetzt bin ich echt entspannt da, Bruder. Du verarschst dich selber. Das ist die Psyche, das ist einfach so. Ich war selber, ich war selber, ich war starker Raucher. Ich habe eine Schachtel am Tag weggeballert damals. Ich weiß doch selber auch. Ja, ich bin seit Weihnachten rauchfrei. Ich küsse dein Herz. Bleib weiter. Glaub mir. Ich habe das Chat. Wallahi, ich bin manchmal. Manchmal, ich sehe, jemand raucht neben mir. Das riecht nach Siff, nach Sibbel, nach Bäh. Manchmal raucht einer. Ich denke mir, Digga, warum riecht die Zigarette gerade so lecker? Warum riecht die Zigarette gerade so lecker? Wie geht das? Das ist das. Nach, nach, keine Ahnung, wie lange, ich weiß nicht, wie lange ich rauchfrei bin. Sieben Jahre? Sechs, sieben Jahre? Ich schwöre es euch, Chat, nach so einer langen Zeit riecht manchmal eine Zigarette noch lecker. Wie geht das? Wegen Snooze? Bruder, das sage ich dir ehrlich, wie es ist, das würde ich auch nicht. Kautabak ist auch der größte Sperrmüll. Ja, ich verstehe es ja. Ich sage euch auch ehrlich, wie es ist. Deswegen ist es auch so wichtig, wen man links und rechts neben sich hat. Weil man eignet sich die Sachen auch von den Freunden an. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Macht Islam heute wieder Sport? Er ist schon die ganze Zeit dabei, ja. Er ist schon seit einer Stunde am Sport machen. Mit Seilen und so weiter, alles. Er macht eine, er macht Stumblegeist, eine Runde, macht dann Sport, er macht dann Stumblegeist und macht dann Sport und die ganze Zeit. Bin ich jetzt ein schlechter Mensch, weil ich rauche? Nee, der Mabo. Was hat denn, was hat denn eine, ja nee, was hat denn, ich sage mal, eine schlechte Gewohnheit, damit zu tun, was es als dich über Mensch aussagt? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Warum denn? Das ist eine schlechte Gewohnheit, ne? So? Für mich, für mich ist es nicht nur eine schlechte Gewohnheit, für mich ist es haram. Aber im Endeffekt macht sich das nicht zum schlechten Menschen, nein. Könntest du auf Fleisch verzichten? Äh, nö. Also warum auch? Ich bin der Meinung, uns wurden genau deswegen auch unter anderem die Tiere gegeben. Man sollte Fleisch reduzieren, da bin ich 100% der Meinung, 100%. Wenn man jeden Tag Fleisch isst, fühle ich definitiv nicht, 100% nicht. Ich will auch nicht, dass meine Kinder jeden Tag Fleisch essen, dürfen sie auch nicht. Man sollte, ich denke, wir alle sollten die Qualität vom Fleisch steigern und weniger konsumieren. Das ist einfach so. Dann würden auch viel vegane Leute auch vegetarisch denken, weil viele Leute sind ja gar nicht auch vegetarisch oder vegan, weil sie sagen, oh nein, das Tier ist genau gleich wert wie ein Mensch. Es sind auch viele Leute und das kann ich 100% verstehen. Das kann ich zu 100% verstehen, wenn man aus diesen Gründen Vegetarier wird. Weil du einfach versibbeltes Fleisch mittlerweile bekommst. Du bekommst irgendwie so Plastik abgepacktes Fleisch, so ein Kilo in so einer Siffelpackung und dann kaufst du das da, was da so versperrmelt, verpackt worden ist. Du hast gar nicht, ja nee, was ist das? Und dann weißt du nicht, wie die Tiere, Massentierhaltung, Wachstumshormone, allen möglichen Sperrmüll ist da reingepumpt. Dann sage ich ehrlich, wie es ist, dann verstehe ich aus dieser Intuition oder aus diesem Prinzip heraus, vegetarisch zu werden, bin ich 100% verstehe ich und respektiere ich absolut. Respektiere ich absolut, definitiv. Dann kauft kein Billigfleisch, das hilft, und kein Import. Bruder, du wirst doch von allen Seiten gefühlt verarscht, Andretti. Du wirst doch gefühlt von allen Seiten verarscht. Woher willst du wissen, was Billigfleisch ist und was nicht gefühlt? Die eigenen Fleischer verarschen einen. Das, Jenny, das, Jenny, wo willst du hinterher? Wo willst du hinterher? Am Ende, die zeigen dir Bilder von einem Schlachthof, der sieht wunderschön aus. Du denkst, Heidi wohnt in diesem Schlachthof. Das ist dann vielleicht ein Schlachthof. Und die anderen 30 Schlachthöfe, die er hat, die sehen aus, als ob Gollum da drinne wohnt. Bruder, ich sage euch ehrlich, wie es ist. Hamdudillah, ich habe in Kiel einen Schlachter, er hat einen eigenen Hof und er macht das dort immer selber. Aber alles andere, sage ich euch ehrlich, wie es ist, das ist unsere Verantwortung. Das, was wir hier alles kaufen und essen, ist unsere Verantwortung. Das heißt, wenn wir das konsumieren, müssen wir davon ausgehen, dass wir uns selber damit krank machen. Ganz einfach. Das ist das Problem. Was denkt ihr denn, warum so viele Menschen Darmprobleme haben? Gefühlt 90% kriegen Darmprobleme. Warum? Bruder, weil das ein sehr wichtiger Trakt ist. Unser Prophet Adi Salislam hat vor 1400 Jahren gesagt, der Tod kommt vom Darm. Und das ist wahr. Das ist wirklich wahr, Chat. Das ist einfach so. Wie viele Menschen haben Probleme mit Verdauung, Darm, Blähbauch, Luft im Bauch, verfetteten Darm. Alles drum und dran. Wegen leider genau diesen Sachen. Und ich sage euch auch ehrlich, wie es ist, Chat. Ich sehe nicht mal nur die Schuld bei uns. Bruder, versuch dich mal gesund zu ernähren. Drei Monatsmieten gehen drauf für gesunde Ernährung. Du kannst das gar nicht. Du kannst dich gar nicht gesund ernähren für normales Geld. Das ist unmöglich. Deswegen gebe ich da auch gar nicht so selber den Konsumenten direkt die Schuld. Nein, mein Brä. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Stimmt nicht. Bruder, gut. Kauf die Gurke für 1,90. Ich küsse dein Herz. Wie viele Gurken willst du im Monat essen? Zwei? Bruder, die Leute denken sich, die kaufen drei Gurken. Dafür kriegen die einen Döner. Was gehen die lieber kaufen? Gurke oder Döner essen? Ja, eigentlich Spaß beiseite. Vergleich mal diesen Sinn. Du kaufst drei Gurken für fast 6 Euro. Dann denkst du dir doch, gehe ich lieber einen Döner essen für 5 Euro. Hä? Das ist einfach so, Chat. Das ist das Problem. Du hast gefühlt mittlerweile das Denken, so denke ich manchmal, es ist in den Essensläden gefühlt günstiger als in den Einkaufsläden. Wie geht das denn? Und jetzt, wie geht das? Indem die Restaurants und so auch deren Qualität senken und mehr einkaufen. So, Chat, ich bin kein Experte. Wenn ich irgendwie scheiße labere oder so, sagt mir das. Aber das ist das, was ich so im Gefühl habe, so wie ich denke. Und das finde ich einfach schade. Ich finde es einfach schade, dass man nicht irgendwie versucht, irgendwas zu finden, damit man sich auf gewisse Preise... Weil, Digga, das ist... Essen ist das Minimum, was du brauchst. Essen und trinken. So, wisst ihr, was ich meine? Ich bin... Ich feiere diese ganze Politik nicht, Chat, also so diese politischen Meinungen, dies, das. Ich bin auch kein Meinungsblogger. Meine Meinung muss niemanden interessieren oder sowas. Ich teile nur so meine Denkweise gerade so ein bisschen mit. Man kann halten davon, was man will. Ich bin auch kein gelehrter Typ oder sowas. Ich habe keinen Werdegang irgendwie in, keine Ahnung, schulische Ausbildung. Ich habe keinen Abschluss nicht, das wisst ihr. Aber trotzdem macht man sich Gedanken darüber. Und gerade auch, wenn man Kinder bekommt, macht man sich noch mehr Gedanken um sein Umfeld, wo man lebt und wie man lebt. Und das sollte man auch. Und genau deswegen haben wir uns damit viel beschäftigt. Meine Frau beschäftigt sich zum Beispiel sehr damit. Wir haben uns lange Zeit damit beschäftigt, ob wir Wasser aus Flaschen kaufen sollen oder ob wir Leitungswasser einfach trinken sollen. Und ja, genau, sowas zum Beispiel. Oder was wir kaufen. Was wir kaufen für uns zu Hause. Was für die Kinder, so und so weiter. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin erst jetzt in der Lage, also jetzt, Alhamdulillah, seit zwei Jahren ungefähr, seitdem ich hier das alles mache, bin ich in der Lage, bessere, gesündere Sachen für die Kinder auch für uns zu kaufen. Ich küsse euer Herz, vorher ging das nicht. Es ging nicht. Und selbst dann, Chat, selbst mit unserer jetzigen momentanen Situation, was quasi das Finanzielle angeht, sind wir immer noch nicht bereit, diese Preise zu zahlen für gewisse Dinge. Wir sind nicht bereit dazu. Ich sehe meine, ich sehe es ja selber bei meiner Frau, sie, ja ne, das meiste Geld, was wir ausgeben, seit, keine Ahnung, seitdem ich das hier alles mache, ist für Lebensmitteleinkauf. Das ist einfach so. Das ist eigentlich wirklich heftig und ihr müsst euch vorstellen, Chat, das sind einfach so Sachen, die braucht man, um zu überleben. Man kann doch nicht immer nur leben auf Not quasi, auf genau das sich zu kaufen, was man nur braucht. Schade, Mann. Viel kann man sich dann nie gönnen, so gefühlt, als, ich sag mal, als Normalarbeitender. Du bist immer auf irgendwen angewiesen. Du bist immer auf irgendwen angewiesen. Selbst wenn du 2000 Euro im Monat verdienst, ich küsse dein Herz, du bist trotzdem auf alles angewiesen. Du bist selber auf alles angewiesen, immer noch trotzdem. Du kannst mit deinen 2000 Euro im Monat gefühlt nichts machen. Du gibst dein Geld, was du von der Arbeit verdienst, wieder für die Arbeit aus. Deine ganze Zeit investierst du auch in die Arbeit. Du stehst auf 6 Uhr morgens bei meinem Bruder. Ich erkläre von meinem Bruder den Ablauf, okay? Mein Bruder steht auf, oder nee, steht nicht auf. Er fährt um 6 Uhr los zur Arbeit. Fährt ungefähr eine Stunde. Er arbeitet eine Stunde von seinem Monat weg. Ist bis 16 Uhr da. Fährt eine Stunde wieder nach Hause. Ist 17 Uhr. Ist zu Hause. Ist mit seiner Frau was. Zieht sich an. Geht zum Sport. 18 Uhr. Geht nach Hause. 19 Uhr 30, 20 Uhr. Geht wieder schlafen. Ja, selbe damit er morgen wieder arbeiten kann. Jeine, jetzt stellt euch mal vor, er hat dann noch 5 Kinder. Hä? Okay. Ist ja kein Problem, ne? 30 Tage im Jahr Urlaub ist okay. Ich verstehe es selber nicht. Jeine, ich will das nicht schlecht reden oder so. Aber ich für mich persönlich, ich verstehe es nicht. Das ist doch krass. Das ist doch viel, Mann. Das ist doch sehr viel. Um am Ende plus minus null zu sein. Jeine, ich würde es verstehen, wenn man richtig ackert, um seine Familie krass nach vorne zu bringen. Aber Digga, für was denn? Um am Ende für das Ganze, was man sich kauft, was man verdient, nur das zu kriegen, was man braucht? Hä? Also, wallah, es tut mir leid. Die eine, für den einen denken sich, boah, Abu, was labert er für eine Kacke? Für mich hier gibt es trotzdem keinen Sinn. Und ich find schade, wallahi, ich bin manchmal in den Einkaufsläden und ich seh, wie die älteren Leute ihr Geld da rausholen und ihr Kleingeld zusammenkramt. Und ich bin immer davor und sag, wallahi, ich würd denen gerne einfach deren Einkauf bezahlen. Und weiter und da an der Kasse stehen, um den Leuten den ganzen Tag deren Einkauf zu bezahlen. Weil es mir so leid tut, wallahi. Das ist einfach genau so, wie es ist. Was willst du machen? Im Endeffekt versteh ich auch, warum das alles viel kälter um uns herum geworden ist, Chad. Ich versteh das und ich sag euch warum. Wir werden unterdrückt und versuchen überall unser Recht zu holen. Überall, wo wir können. Warum? Wir haben gar nicht mehr diese Toleranz mehr, weil wir gar keine gute Laune mehr alle haben, Chad. Wir haben schlechte Laune, weil wir von jeder Seite Probleme bekommen. Was denkt ihr, warum die Leute auf der Straße so beharren auf ihr Recht? Ein Fahrradfahrer fährt mit 300 über seine grüne Ampel, weil er sich denkt, hohoho, meine Vorfahrt. Ja? Und wenn du 10 Meter über seine Motorhaube fliegst, was dann? Wenn du tot bist, was bringt dir dein Recht dann, was du geholt hast? Was bringt dir dann dein Recht, was du geholt hast? Hast deine Familie alleine gelassen, damit du dein Recht auf der Straße bekommst? Das ist das Problem. Und ich sag euch, wie es ist, Chad. Ich fahre seit 11 Jahren Auto und ich merke, ich bin gar nicht mehr sauer auf die Autofahrer. Ich bin gar nicht mehr sauer auf die. Wenn beispielsweise mal du übersiehst irgendjemanden oder irgendwas passiert und das passiert in 11 Jahren, passieren mal Sachen so mäßig. Alhamdulillah, ich bin unfallfrei seit 11 Jahren. Außer mein erster Tag, ich habe da zwei Rollerfahrer umgefahren. Das war scheiße am allerersten Tag vor meinem Führerschein. Einfach zwei Rollerfahrer. Ich weiß bis heute nicht, wie das geklappt hat. Aber Alhamdulillah, ist alles gut gewesen. Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Ich, ja, gefahren. Und so, ja. Dann sind wir am gleichen Tag nach Berlin gefahren. Ich wollte einmal drehen. Rollerfahrer umgefahren. Ja, aber Alhamdulillah, ist alles gut gewesen. Ab dann, das war mein erster Tag, ab dann habe ich 11 Jahre nichts, keinen einzigen Unfall, gar nichts. Also nicht meine Schuld. Aber was ich euch damit sagen will. Chat, die Leute, die Autofahrer und so mittlerweile, die sind so aggressiv auf den Straßen, die fahren dir eine Stunde hinterher, weil du deren Rechtsverlängst genommen hast. Und warum? Weil die woanders ihr Recht nicht bekommen. Ihr Chef macht sie zum Köter, wenn sie fünf Minuten zu spät kommen. Die GEZ will ihr Geld haben, auch wenn du ihr Fernseher nicht guckst. Äh, ihre Sendung nicht guckst. Ähm, dein Arzttermin, wo du hingehen musst, musst du drei Stunden warten mit Wartezeit. Plus am Ende, nach drei Stunden warten, redet der Arzt mit dir. Fünf Minuten gibt dein Arzt dir nicht mal. Nicht mal fünf Minuten gibt dein Arzt dir, um mit dir zu reden. Mhm, ja, mhm, klasse. Ja, halten Sie das mal unter Beobachtung. Ja, habe ich schon, ein Jahr habe ich die Probleme. Mhm, verstehe. Gut, dann sagen Sie doch mal Bescheid, wenn du das jetzt. Ja, danke, ciao. Hä? Oder ich muss doch, wenn ich zum Arzt gehe, will ich doch wenigstens mit guter, besserem Gewissen ein bisschen rausgehen. Ich gehe rein, ich komme mit schlechterer Laune wieder raus. Natürlich sind die Leute alle kalt geworden. So sieht's aus. Außer du bist privat. Oder ich mache diese Privatdings nicht. Dann hast du wirklich einen Müllarzt erwischt, Bruder. Ich war bei sehr vielen Ärzten. Sehr, 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 sehr vielen Ärzten. Halas, die kalte Umgebung. Wir müssen mittlerweile damit klarkommen. Gute Laune ist der Schlüssel fürs Leben. Ja, Wallah. Ich habe das Gefühl manchmal, wir haben alle diese Glückshormone zu wenig. Wir haben diese Glückshormone ein bisschen zu wenig, habe ich manchmal das Gefühl. Wir sollten einfach manchmal ein bisschen die positiven Sachen sehen. Einfach Jacke anzunecklen. Vielleicht ist das die Lösung. Wir sehen uns doch auf einmal. We sehen uns doch immer gut. Wir sehen uns doch oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.